Fitness mit Marc Folge 468 Herzlich Willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Er liebt jedes Insekt. Bis auf Mücken und Fliegen. Marc Maslow Lass uns über Kreatin reden. Und wenn du dabei nur an Bodybuilder mit maximal dicken Muckis denkst, dann weißt du definitiv noch nicht alles über Kreatin, was du wissen solltest. Am Ende dieser Folge kennst du die Geheimnisse. Kreatin gehört nämlich zu den am besten wissenschaftlich erforschten Nahrungsergänzungsmitteln. Und wir können mit wissenschaftlicher Evidenz sagen, dass Kreatin deinen Muskeln dabei hilft, Energie zu produzieren. Und zwar dann, wenn du schwere Gewichte oder schwere Arbeit verrichtest oder wenn du hochintensiv trainierst. Und deswegen wird Kreatin auch schon lange im Kraftsport eingesetzt. Athleten nehmen Kreatin häufig ein, um eben stärker zu sein und ihre Leistung zu verbessern. Wir wissen heute aber auch, dass ältere Menschen genauso von Kreatin profitieren können, auch wenn sie nicht Hardcore-Athleten sind. Und neuere Forschungsergebnisse deuten auch darauf hin, dass Kreatin gut fürs Gehirn ist. Was da dran ist und warum gerade Veganer und Vegetarier besonders von Kreatin profitieren können, das weißt du am Ende dieser Folge. Werbepartner dieser Folge ist der etwas andere Sporternährungs-Podcast mit dem Titel Powerbrains – das Sporternährungs-Quiz. Das ist eine Quizshow zum Mitraten mit ziemlich coolen Gästen wie zum Beispiel dem Ironman-Champion und Triathlet Sebastian Kienle, dem Extremsportler Jonas Deichmann, der auch hier schon mal zu Gast war oder dem Survival-Experten und Ex-Elite-Soldaten Otto Bulletproof. Und dabei geht es um Fragen wie, hilft Magnesium wirklich gegen Muskelkrämpfe, warum sind Kohlenhydrate in der Sporternährung so wichtig und was gibt es pro Sportart zu beachten. Können zu viele Proteine der Niere schaden und andere Fragen, die du ganz nebenbei beantwortet bekommst. Du lernst dabei viel über Ernährung für Sportler auf spielerische Art und Weise, eben als Mix aus Quizshow zum Mitraten mit inspirierenden Interviews, persönlichen Anekdoten und aufschlussreichem Wissen, was du dabei tankst. Wenn du dich also für das Thema Ernährung und Fitness interessierst, dann hör einfach mal rein, Powerbrains, das Sporternährungsquiz heißt der Podcast und den Link dazu, den findest du in der Beschreibung zu dieser Folge. In dieser Folge geht's um Kreatin. Es gibt unzählige Nahrungsergänzungsmittel, die sich groß auf die Marketingfahnen schreiben, dass sie deine Performance beim Fitnesstraining verbessern können. Kreatin gehört zu den am meisten erforschtesten Nahrungsergänzungsmitteln für Sportler und es ist eins der wenigen, die dieses Versprechen tatsächlich einlösen können. Auf welche Weise dieser Stoff dir beim Training helfen kann, ob du das wirklich supplementieren musst oder ob es auch andere Wege gibt und welche Vorteile dir Kreatin auch außerhalb des Trainings bringt, das weißt du am Ende dieser Folge. Genauso bekommst du Antworten auf die Frage, ob Kreatin sicher ist und welche Nebenwirkungen es hat. Kurzum, am Ende weißt du alles, was du über Kreatin wissen solltest und deswegen fangen wir vielleicht direkt mal an mit der Frage, was ist denn eigentlich Kreatin? Nun, Kreatin ist ein Stoff, der ganz natürlich in deinen Muskelzellen vorkommt. Kreatin hilft deinen Muskeln dabei, Energie bereitzustellen und Energie herzustellen und zwar gerade dann, wenn du deine Muskeln so richtig forderst, also beim Anheben schwerer Gewichte oder bei hochintensiven Belastungen im Training oder außerhalb des Trainings. Warum wird Kreatin verwendet? Ich habe es schon angedeutet, Kreatin ist als Nahrungsergänzungsmittel gerade unter Sportlern und unter Kraftsportlern besonders beliebt und zwar zum Aufbau von Muskulatur, um Kraft zu entwickeln, um mehr Kraft zu haben und die Leistungsfähigkeit im Gym zu verbessern und natürlich auch bei Wettkampfathleten. Wenn wir einen Blick in die Biochemie werfen, dann finden wir sehr viele Parallelen zwischen Kreatin auf der einen Seite und Aminosäuren auf der anderen Seite, also wichtigen Bestandteilen in deinem Körper, die dabei helfen, Proteine aufzubauen. Dein Körper kann Kreatin selbst herstellen und er tut das auch und zwar aus zwei Aminosäuren. Diese Aminosäuren heißen Glycin und Arginin. Das sind beides Aminosäuren, die du über Lebensmittel, die du isst, aufnimmst und dein Körper baut sich dann daraus selbst Kreatin zusammen. Du kannst Kreatin aber auch direkt über die Lebensmittel, die du isst, aufnehmen. Tatsächlich kommt etwa die Hälfte des Kreatins, das in deinem Körper gespeichert ist, über Lebensmittel, besonders reich an Kreatin, sind rotes Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte. Ja und der Rest deiner Kreatinvorräte wird in deinem Körper selbst hergestellt. Ich habe es eben schon erwähnt, aus zwei Aminosäuren und das geschieht in deiner Leber und in deinen Nieren. Und wenn du dir deinen Körper jetzt von oben bis unten anguckst, dann fragst du dich vielleicht, wo genau ist denn das Kreatin? Ich habe es eben schon angedeutet, etwa 95% sogar der Kreatinvorräte in deinem Körper sind in deinen Muskeln gespeichert. Hauptsächlich in Form von Phosphokreatin. Was ist jetzt mit den übrigen 5% nun? Die finden sich in deinem Gehirn. Ja und wenn du Hoden besitzt, dann findest du auch dort Kreatin gespeichert. Das klingt ja jetzt erstmal ganz gut, warum Nahrungsergänzungsmittel? Nun, wenn du Kreatin noch zusätzlich zuführst, dann kannst du deine Speicher sogar noch mehr aufladen, als das eben nur über natürliche Lebensmittel möglich ist. Das heißt, über Nahrungsergänzungsmittel kannst du die Form der gespeicherten Energie in deinen Zellen noch ein Stück weiter aufladen. Und das hilft deinem Körper dann, näher von einem energiereichen Molekül herzustellen. Und zwar ist das das Adenosintrifosphat oder kurz ATP. Hast du vielleicht schon mal gehört, irgendwo im Hinterkopf aus dem Bio-Unterricht. ATP ist sozusagen die einzige Energiewährung, die dein Körper verwenden kann. Alles, was du an Energie aufnimmst, auch über Eiweiße und über Kohlenhydrate, werden am Ende zu ATP umgewandelt, weil das das Einzige ist, was dein Körper verwenden kann. Deswegen nennen wir eben ATP häufig auch die Energiewährung deines Körpers. Ja, und ganz klar, je mehr ATP du hast, desto mehr kannst du leisten. Und hier spielt Kreatin eine entscheidende Rolle, denn Kreatin kann verbrauchtes ATP sozusagen wieder aufladen, sodass es ein zweites Mal verwendet werden kann. Kreatin verändert auch verschiedene andere zelluläre Prozesse, die dir dabei helfen, Muskeln aufzubauen, die dir Kraft geben und die auch die Regeneration verbessern. Die Antwort auf die Frage, was ist Kreatin, lautet also in einem Satz zusammengefasst, Kreatin ist eine natürliche Substanz, die in deinem Körper vorkommt und die vor allem in deinen Muskelzellen vorkommt. Als Nahrungsergänzungsmittel ist Kreatin vor allen Dingen bei Sportlern beliebt. Alles schön und gut, aber wie wirkt Kreatin denn jetzt? Wir können inzwischen ziemlich gesichert sagen, dass Kreatin sowohl für die Gesundheit positive Effekte hat, als auch für deine sportliche Leistung und zwar auf verschiedenste Weise. Wenn du dich sportlich intensiv betätigst und je besser die Kreatinspeicher in deinen Muskeln gefüllt sind, desto besser kann dir Kreatin beim Training helfen. Dein Körper kann das zusätzlich gespeicherte Kreatin dafür nutzen, um mehr ATP zu produzieren und das ist die wichtigste Energiequelle deines Körpers, vor allen Dingen, wenn du intensiv arbeitest, wenn du schwere Gewichte hebst und wenn du hochintensiv trainierst. Ja und wenn es dir vielleicht gar nicht so um die Leistungsfähigkeit geht, sondern primär darum, um Muskeln aufzubauen, auch dann hilft dir Kreatin und zwar auf verschiedenste Weisen. Ich habe hier mal sechs Vorteile rausgegriffen, die jeweils auch durch Studien belegt sind. Punkt Nummer eins, du kannst ein höheres Trainingsvolumen absolvieren. Du kannst innerhalb einer Trainingseinheit mehr Pensum bewältigen. Das heißt, intensiver trainieren, einen größeren Trainingsreiz setzen. Ja und das ist ja ein Schlüsselfaktor für Muskelwachstum. Je intensiver du trainieren kannst, desto besser der Trainingsreiz und damit die Info an deinen Körper, hey, ich brauche hier mehr, bau bitte Muskeln auf. Und an der Stelle sei vielleicht nochmal gesagt, das ist ein Faktor, der eine Rolle spielt. Wenn du dann, denk an eine der letzten Folgen, wo es um Muskelaufbau geht, zum Beispiel nicht genug Kalorien ist, dann klappt das natürlich mit dem Muskelaufbau auch nicht. Aber du kannst eben einen intensiveren Trainingsreiz setzen. Punkt Nummer zwei, Kreatin kann die Signalübertragung der sogenannten Satellitenzellen erhöhen. Ja und das fördert die Reparatur von Muskeln, also die Regeneration nach dem Training und auch das Wachstum neuer Muskeln. Punkt Nummer drei, Studien deuten darauf hin, dass auch wachstumsfördernde und regenerationsfördernde Hormone, wie zum Beispiel IGF-1, nach der Einnahme von Kreatin erhöht sind. Außerdem, viertens, erhöht Kreatin den Wassergehalt in deinen Muskelzellen. Das führt zu einer Vergrößerung des Zellvolumens. Das können wir auch beobachten häufig, gerade im Bodybuilding wird auch deswegen gern Kreatin eingesetzt, weil es eben Wasser in die Muskeln bringt. Die Muskeln werden dadurch praller und auch besser sichtbar. Das führt dann zu einer athletischeren Figur. Fünftens scheint es dem Muskelabbau entgegenzuwirken, also die Gefahr von Muskelabbau sinkt und auch dadurch kann sich natürlich die gesamte Muskelmasse erhöhen, indem abbauende Stoffwechselvorgänge verringert werden. Ja und der letzte Vorteil, da geht es um den sogenannten Myostatinwert. Myostatin ist ein Protein, das den Muskelaufbau und auch die Muskelreparatur verlangsamen kann und auch hemmen kann. Gerade wenn diese Werte erhöht sind, dann ist das eben Indikator dafür, dass der Muskelaufbau ausgebremst wird. Die Einnahme von Kreatin kann wiederum den Myostatin-Spiegel absenken und auch auf diese Weise dann das Wachstumspotenzial der Muskeln erhöhen. Jetzt haben wir ja schon festgestellt, dass Kreatin nicht nur im Muskel vorkommt, sondern auch im Gehirn. Und tatsächlich kann Kreatin, wenn du es als Nahrungsergänzungsmittel einnimmst, auch den Kreatingehalt im Gehirn erhöhen. Studien deuten darauf hin, dass das gut für die Gesundheit des Gehirns ist und dass Kreatin auch im Umgang mit Symptomen von neurologischen Erkrankungen helfen kann. Wir können also am Ende zusammenfassend sagen, Kreatin gibt deinen Muskeln mehr Energie und es führt zu Veränderungen in der Zellfunktion, die das Muskelwachstum steigern können. Wie genau wirkt sich jetzt Kreatin auf das Muskelwachstum aus? Wenn wir uns die Studien angucken, dann können wir sehen, dass sowohl kurz- als auch langfristig Kreatin vorteilhaft ist, wirksam ist für den Muskelaufbau, hilft vielerlei Menschen. Sowohl Menschen, die sesshaft leben, auch älteren Menschen, aber eben auch Spitzensportlern. Es gibt eine Untersuchung aus dem Jahr 2022 und da wurde festgestellt, dass Kreatinpräparate den Muskelaufbau bei gesunden, jungen Erwachsenen wirksam fördern können. Und eine andere wissenschaftliche Arbeit aus dem Jahr 2019 kam außerdem zu dem Schluss, dass Kreatin mit oder ohne Krafttraining bei älteren Erwachsenen zu mehr Muskelmasse und zu mehr Kraft beitragen kann. Offenbar verringert ist gerade bei älteren Menschen auch das Risiko von Stürzen. Es gibt einige ältere Studien, in denen beobachtet wurde, dass Kreatin das Wachstum von Muskelfasern um den Faktor 2 bis 3 stärker steigert als alleiniges Krafttraining. Das klingt natürlich wahnsinnig gut, konnte allerdings in neueren Studien so nicht repliziert werden. Neuere Studien brachten auch Ergebnisse, aber eben bescheidenere Ergebnisse. Wir können am Ende sagen, Kreatin unterstützt unterm Strich den Muskelaufbau, ist also ein wirksames Nahrungsergänzungsmittel, aber es ist kein Wundermittel. Und als solches solltest du es auch nicht ansehen. Das ist jetzt auch meine persönliche Erfahrung mit Kreatin. Ich verwende Kreatin seit vielen, vielen Jahren auch durchgehend selbst. Und Kreatin ist so das I-Tüpfelchen. Wenn du dich gut ernährst, wenn du regelmäßig trainierst und auch sinnvoll trainierst, dann kann Kreatin dir sozusagen nochmal ein bisschen was on top geben, sodass du noch ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen mehr Effekt rausholen kannst. Wir können also zusammenfassend sagen, die Einnahme von Kreatin kann signifikant den Muskelaufbau fördern. Und zwar bei Menschen, die gerade erst mit dem Training anfangen, die also untrainiert sind, als auch bei Spitzensportlern. Die spannende Frage ist ja jetzt, wenn du Kreatin einsetzen willst, in welchen Disziplinen macht es überhaupt Sinn? Oder wo wurden solche vorteilhaften Leistungssteigerungen beobachtet? Generell können wir sagen, dass Kreatin dir dabei helfen kann, sowohl deine Kraft zu steigern, als auch deine Schnellkraft und die Leistungsfähigkeit bei hochintensivem Training, bei hochintensiven Leistungen. Und hier gibt es auch verschiedene Studien mit unterschiedlichen Trainingsszenarien, in denen solche Vorteile beobachtet wurden. Zum Beispiel bei jungen Erwachsenen, die ein Krafttraining absolviert haben. Und da wurde beobachtet, dass Kreatin dazu beiträgt, die Muskelkraft zu steigern und die Kraftausdauer. Auch im Radsport wurden Vorteile beobachtet. Und zwar bei Radsportlern, die ein Zeitfahren durchgeführt haben. Denen hat Kreatin beim Endspurt zusätzliche Kraft verschaffen. Bei Fußballspielern wurden bessere Leistungen beim Springen und beim Sprinten beobachtet. Und mehr Kraft wurde auch beobachtet bei Schwimmern, besonders hilfreich in den Stilrichtungen Schmetterlingsschwimmen und Brustschwimmen. Ja, und wir haben uns jetzt schon ein bisschen mit der Funktionsweise von Kreatin beschäftigt. Es macht auch irgendwo Sinn, dass diese spürbaren Verbesserungen in erster Linie eben dadurch verursacht werden, dass dein Körper mehr ATP produzieren kann und dadurch eben mehr Energie hat. Normalerweise sind die ATP-Vorräte bei hochintensiven Belastungen spätestens nach 10 Sekunden aufgebraucht. Kreatin kann diese Dauer noch ein bisschen verlängern, weil Kreatin dir dabei hilft, mehr ATP zu produzieren. Und du kannst dann diese optimale, diese Höchstleistung noch ein paar Sekunden länger aufrechterhalten. Und damit wird auch klar, dass dir ATP vor allen Dingen bei diesen hochintensiven Belastungen unter die Arme greift, die anaerob stattfinden. Also Disziplinen, wo du mal sprinten musst, wo du springen musst, wo du für eine kurze Zeit maximale Kraft brauchst. All das sind Disziplinen, wo dir Kreatin helfen kann. Wir können also zusammenfassend sagen, Kreatin ist eins der wirksamsten Nahrungsergänzungsmittel, wenn es darum geht, deine Kraft und deine Leistungsfähigkeit bei hohen Intensitäten noch ein bisschen zu steigern. Das liegt daran, dass es deine Fähigkeit steigert, ATP-Energie bereitzustellen. Spannend ist ja, dass neuere Studien auch darauf hindeuten, dass Kreatin sich auch positiv auf deine Gehirnleistung auswirkt. Wir wissen, dass Kreatin nicht nur in deinen Muskeln gespeichert ist und auch dein Gehirn braucht viel ATP, um optimal funktionieren zu können. Es gibt Studien, die bisher hauptsächlich an Tieren durchgeführt wurden, die darauf hindeuten, dass die Einnahme von Kreatin auch bei der Behandlung von Gehirnerkrankungen hilfreich sein können. Also zum Beispiel bei neurodegenerativen Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson, bei der ALS-Krankheit eine schwere Nervenerkrankung, die ja spätestens mit der Ice Bucket Challenge vor vielen, vielen Jahren auch den meisten Menschen bekannt gemacht wurde, die Forschung unterstützt wurde. Bei traumatischen Hirnverletzungen und auch bei Epilepsie wurden positive Effekte einer Kreatineinnahme festgestellt. Studien am Menschen gibt es auch schon ein paar und die legen nahe, dass Kreatin auch anderen Gruppen helfen kann. Es gibt zum Beispiel eine Studie aus dem Jahr 2020. Da wurde beobachtet, dass die Einnahme von Kreatin als Nahrungsergänzungsmittel die Gehirnfunktion von Vegetariern verbessert hat. Die Kreatinspeicher sind bei Vegetariern und auch Veganern in der Regel weniger stark gefüllt. Klar, weil sie kein Fleisch essen und kein Fisch und Meeresfrüchte. Und das sind nun mal die wichtigsten natürlichen Kreatinquellen aus der Ernährung. Selbst bei gesunden Erwachsenen kann eine Nahrungsergänzung mit Kreatin dem Kurzzeitgedächtnis und offenbar auch der Intelligenz helfen. Darauf deuten Studien hin. Dieser Effekt könnte allerdings bei älteren Erwachsenen am stärksten ausgeprägt sein. Wir können also zusammenfassend sagen, dass Kreatin die Symptome einiger neurologischer Erkrankungen lindern kann und auch das Fortschreiten dieser Erkrankung offenbar verlangsamen kann, potenziell zumindest. Denn um das gesichert zu sagen, sind noch weitere Untersuchungen am Menschen erforderlich. Ja, was gibt es noch aus der Forschungswelt zu Kreatin? Tatsächlich wurde Kreatin auch in anderen Bereichen schon erforscht, wie sich Kreatin auf den Blutzuckerspiegel auswirkt. Da wurden positive Effekte beobachtet, auch bei einer Fettlebererkrankung wurden positive Effekte beobachtet, bei der Herzgesundheit und auch Schäden durch einen Herzinfarkt. All das sind so einzelne Studien, die erstmal auf einen positiven Effekt hindeuten. Aber hier ist noch mehr Forschung nötig. Wir können also im sportlichen Bereich sagen, da gibt es schon eine ziemlich gut gesicherte Evidenz. Da gibt es viele, viele Studien und die gehen alle in die gleiche Richtung. Aber ja, in diesen Bereichen ist die Forschung noch recht dünn. Deswegen können wir sagen, frühe Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Kreatin möglicherweise einen positiven Effekt auf den Blutzuckerspiegel hat, auf Fettlebererkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, dann lass uns mal über Nahrungsergänzungsmittel reden. Es gibt ja viele, viele verschiedene Arten von Kreatinpräparaten. Wenn du mal anfängst, dich damit zu beschäftigen, dann bist du ziemlich schnell verwirrt, weil es einfach so viele verschiedene Kreatinverbindungen da draußen gibt, die du auch in Form von Nahrungsergänzungsmitteln, von Sportnahrungsergänzungsmitteln kaufen kannst. Ja, und wenn du dir das Marketing der Firmen anguckst, dann ist natürlich jede Verbindung die allerbeste. Wenn wir uns die Forschung angucken und die Studien angucken, dann gibt es vor allen Dingen eine Kreatinverbindung, die sehr, sehr gut erforscht ist. Und das ist das sogenannte Kreatinmonohydrat. Das ist gleichzeitig auch ein recht günstiges Nahrungsergänzungsmittel. Das ist da die gute Nachricht. Es gibt, wie gesagt, viele andere Formen, von denen bei einigen behauptet wird, dass sie noch besser wirken. Aber es gibt keine gesicherten wissenschaftlichen Studien, die das belegen. Kreatinmonohydrat ist günstig und wissenschaftlich gut erforscht. Und das ist auch der Grund, weswegen das eigentlich die beste Art und Weise ist, wie du Kreatin einnehmen kannst. Nicht nur meiner Meinung nach, sondern eben auch wissenschaftlich gesichert. Das ist auch die Verbindung, die ich selbst einnehme. Und wenn du Kreatin mal ausprobieren möchtest, es einnehmen möchtest, dann fährst du mit Kreatinmonohydrat am günstigsten und auch am besten. Jetzt ist die Frage natürlich, wie viel solltest du einnehmen? Wie ist die perfekte Dosierung? Wenn du mit der Kreatineinnahme beginnst, dann wird häufig eine sogenannte Aufladephase, eine Ladephase empfohlen. Und da geht es dann darum, möglichst schnell die Kreatinspeicher in deinen Muskeln maximal zu füllen, sodass du eben auch möglichst schnell in den Genuss der Vorteile des Kreatins kommst. Wenn du das durchführen willst, dann nimmst du für knapp eine Woche die vier- bis fünffache Dosis von Kreatin ein. Das sind so 20 Gramm am Tag. Und die am besten nicht auf einmal, sondern aufgeteilt auf so vier, fünf Gramm Portionen über den Tag verteilt. Dann wird es besonders gut aufgenommen. Es ist eine gute Idee dabei, das Kreatin zu einer Mahlzeit einzunehmen. Also eine Mahlzeit, wo auch Kohlenhydrate dabei sind, wo Eiweiße dabei sind. Denn die können deinem Körper dabei helfen, das Kreatin auch aufzunehmen. Ja, und nach so einer Ladephase nimmst du dann drei bis fünf Gramm pro Tag zu dir. Also drei bis fünf Gramm Kreatin am Tag helfen dir dann dabei, die Kreatinspiegel in deinen Muskeln auf diesem hohen Niveau zu halten. Es scheint keinen Vorteil zu bringen, Kreatin auch mal abzusetzen und dann wieder zu nehmen. Ich nehme es deswegen auch durchgehend. Ich nehme durchgehend diese drei bis fünf Gramm am Tag. Und wenn du keinen Bock auf eine Ladephase hast, dann kannst du auch natürlich einfach mit fünf Gramm am Tag starten und das gnadenlos durchziehen. Das würde einfach nur bedeuten, dass du ein bisschen länger brauchst, um auf diese Kreatinfüllung deiner Muskelspeicher zu kommen. Wie viel länger? Nun, da darfst du so mit vier Wochen rechnen. Also wenn du keine Ladephase machst, brauchst du ungefähr einen Monat, um die Kreatinspeicher aufzufüllen. Und wenn du eine Ladephase machst, dann brauchst du eine Woche. Wir haben eben schon festgestellt, dass Kreatin Wasser in deine Muskelzellen bringt. Das heißt, Kreatin braucht auch Wasser, um aufgenommen und eingespeichert zu werden. Deswegen macht es auch Sinn, wenn du Kreatin mit Flüssigkeit einnimmst. Also zum Beispiel zu der Mahlzeit noch ein extra Glas Wasser trinkst und darauf achtest, den ganzen Tag über gut hydriert zu bleiben. Unterm Strich können wir also zusammenfassen in einem Satz. Wenn du Kreatin aufladen willst, nimm fünf Gramm am Tag, viermal am Tag für eine Woche und danach gehst du auf drei bis fünf Gramm am Tag, um dein Niveau zu halten. Puh, das waren schon ganz schön viele Fakten, oder? Wir sind auch fast durch mit dem Thema Kreatin. Ein Thema, was nochmal wichtig ist, ist das Thema Sicherheit. Gibt es irgendwelche Nebenwirkungen, wenn du Kreatin einnimmst? Wie sicher ist die Einnahme von Kreatin? Und auch hier können wir sagen, dass Kreatin eben zu den am besten erforschten Nahrungsergänzungsmitteln, die du kaufen kannst, gehört. Es gibt Studien, die bis zu vier Jahre am Stück gelaufen sind und auch die haben keine negativen Auswirkungen der Einnahme von Kreatin beobachten können. Es gibt auch keine Beweise dafür, dass Kreatin bei gesunden Menschen, die normale Dosen einnehmen, also das, worüber wir eben gesprochen haben, in irgendeiner Weise für deine Leber oder deine Nieren schädigend sein können. Auch das hört man manchmal. Lediglich Menschen, die eben Vorerkrankungen mitbringen, also vielleicht eine Leberschädigung oder eine Lebererkrankung mitbringen oder Nierenprobleme mitbringen, die sollten auf jeden Fall vor der Einnahme ihren Arzt konsultieren. Wichtig an der Stelle ist natürlich auch immer, dass du ein qualitativ hochwertiges Präparat verwendest, wenn du dich entscheidest, dazu das einzunehmen. Denn wir wissen, dass gerade bei minderwertigen Präparaten diese eben auch mit anderen Stoffen verunreinigt sein können und diese Stoffe dann negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Vom Kreatin selbst, wenn es ein reines Präparat, ein reines Produkt ist, können wir sagen, da gibt es bei gesunden Menschen keine Nebenwirkungen. Eine Sache, die Kreatin häufig zugeschrieben wird, ist, dass wenn du es einnimmst, dass du dann dehydrierst oder dass du vielleicht leichter zu Krämpfen neigen würdest. Das wird aber durch Forschungsergebnisse nicht bestätigt. Es gibt Studien, die sogar nahe legen, dass Kreatin den gegenteiligen Effekt hat. Und das macht ja auch irgendwo Sinn. Wir haben ja schon beobachtet, dass Kreatin Wasser in die Muskeln zieht. Und tatsächlich wurde in Studien beobachtet, dass Krämpfe und Dehydrierung bei Ausdauersportlern, die eben in großer Hitze Sport treiben, seltener Krämpfe bekommen und eben weniger dehydriert sind. Offenbar, weil zusätzliches Wasser in den Muskeln vorhanden ist. Und das eben beim Sport dann auch frei wird, wenn das Kreatin verbraucht wird. Eine etwas ältere Studie aus dem Jahr 2009 brachte die Nahrungsergänzung mit Kreatin, auch das nur, falls du es mal gehört hast, mit einem Anstieg des Hormons DHT in Verbindung. Das ist das Hormon, was bei Männern eben zu Haarausfall führen kann. Die meisten Studien, die es zu dem Thema gibt, die konnten diesen Zusammenhang allerdings nicht bestätigen. Da scheint also nichts dran zu sein. Ich weiß, das ist keine wissenschaftliche Studie. Ich kann dir aber sagen, ich nehme Kreatin schon seit lange über zehn Jahren ein. Und ich habe auch immer noch volles Haar. Also zumindest bei mir scheint es auch diesen Effekt nicht gehabt zu haben. Wir können also zusammenfassend sagen, dass Kreatin keine schädlichen Nebenwirkungen bei gesunden Menschen verursacht. Die immer mal wieder geäußerte Annahme, dass Kreatin vielleicht den Körper dehydrieren könnte, wird durch Studien nicht belegt. Ein Problem, das wir in der Forschung ja häufig haben, ist, dass die Studien mit Männern durchgeführt werden. Deswegen wäre ja spannend zu wissen, wie sieht es denn mit Kreatin aus? Gibt es da auch Studien an Frauen? Funktioniert die Kreatineinnahme auch für die Ladies, die hier zuhören? Und tatsächlich gibt es eine Forschungsarbeit aus dem Jahr 2021, die ergeben hat, dass eine Nahrungsergänzung mit Kreatin für Frauen in vielen Lebensbereichen vorteilhaft sein kann, da sie sowohl die Muskeln als auch das Gehirn unterstützt. Und gerade in Kombination mit Krafttraining kann Kreatin dazu beitragen, dass sich sowohl der Körperbau als auch die Knochendichte bei Frauen nach den Wechseljahren verbessert. Es gibt frühere Untersuchungen aus dem Jahr 2016, die darauf hindeuten, dass Kreatin bei Frauen aufgrund von körperlichen und auch hormonellen Unterschieden vielleicht nicht ganz so wirksam ist wie bei Männern. Neuere Forschungsergebnisse deuten allerdings darauf hin, dass Kreatin für Frauen immer noch viele Vorteile bringt. Wie sieht es mit den Nebenwirkungen bei Frauen aus? Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2020 und die hat das für Frauen untersucht und kommt zu dem Ergebnis, dass Kreatin bei Frauen keine nennenswerten Nebenwirkungen verursacht, solange du dich natürlich an die vorgeschriebene Dosis hältst, denn genau die wurde hier untersucht. Übrigens Fun Fact, es gibt eine Studie aus dem Jahr 2018, da hat man nämlich genau mal das Umgekehrte untersucht und geschaut, was passiert denn, wenn man jetzt richtig viel Kreatin einnimmt. Da haben Probanden 30 Gramm Kreatin pro Tag eingenommen, also viel, viel mehr, fast das Zehnfache von dem, was sonst als normale Dosis empfohlen wird. Und auch da wurden keine negativen Effekte auf die Leber und auf die Nieren beobachtet. Trotzdem, und auch darauf weisen hier die Forscher hin, gilt das für gesunde Menschen und es gibt auch keinen Grund, so hohe Dosen einzunehmen, denn wir wissen, dass die wirksame Dosis bei drei bis fünf Gramm am Tag liegt, höher eben nur in der einwöchigen Ladephase, die du gegebenenfalls vorschaltest. Wie lange dauert es, bis Kreatin funktioniert, bis du eine Wirkung feststellen können solltest? Ja, auch dazu gibt es Daten, wenn du eine Ladephase vorschaltest, dann dauert es um die zwei Wochen, bis du den Effekt von Kreatin messen kannst oder feststellen kannst. Wenn du keine Ladephase machst, dann dauert es ungefähr einen Monat, bis Kreatin seinen Effekt entfaltet. Damit hast du einen Zeitrahmen, wenn du Kreatin mal ausprobieren möchtest, ob es für dich funktioniert, welche Produkte ich selbst verwende, verlinke ich dir nochmal in den Shownotes, findest du hier in den Links zur Folge und den Infos zur Folge und da verlinke ich dir auch nochmal einen ausführlichen Artikel mit vielen Quellen zum Thema Kreatin. So, und damit sind wir auch durch mit dem Thema Kreatin. Ich bin der Meinung, du weißt jetzt wirklich alles, was du über Kreatin wissen solltest. Kreatin ist eines der effektivsten und sichersten Nahrungsergänzungsmittel, das du einnehmen kannst und es ist auch eines der günstigsten Nahrungsergänzungsmittel. Bei älteren Menschen unterstützt es die Lebensqualität, die Gesundheit des Gehirns und natürlich auch die Trainingsleistung. Vegetarier oder Veganer, die eben über die Ernährung, über Fleisch, Fisch und so weiter kein Kreatin aufnehmen, können davon zusätzlich profitieren. Genauso natürlich wie Sportler und Athleten, die hochintensive Leistungen abrufen wollen beim Krafttraining, beim Sprinten, beim Springen, beim Schwimmen oder Bahnradfahren. Das sind Beispiele, die ich hier recherchiert hatte, genauso wie Fußballspieler. Auch die können davon profitieren. Du kannst es einfach mal ausprobieren mit einer Ladephase oder ohne. Meine Empfehlung wäre, nimm es mal ein, zwei Monate ein, dann wirst du schon feststellen, ob es was bringt bei dir. Kreatin-Monohydrat ist wahrscheinlich die beste Form, in der du Kreatin einnehmen kannst, weil wir hier die größte wissenschaftliche Evidenz haben. Und gleichzeitig ist es eben auch eine der günstigsten Verbindungen, die du dir kaufen kannst. Damit wünsche ich dir viel Spaß beim Training, ein gutes Training, ein gutes Gefühl nach dem Training. Und dann hören wir uns, hoffe ich, in der nächsten Folge wieder. Werbepartner dieser Folge ist 8Sleep. Die Temperatur beeinflusst, ob du gut oder schlecht schläfst. Und Hitze gehört nachts zu meinen persönlichen Erzfeinden. Ich bin mein halbes Leben lang nachts schwitzend aufgewacht, hab die Decke erst weggeschmissen, dann frierend wiedergeholt, ein Bein draußen draufgelegt und wieder und wiederholen. All das ist seit einiger Zeit Geschichte. Ich schlafe in Rekordzeit ein und ich schlafe erholsam durch. Warum? Weil ich ein Tool nutze, das mir Bekannte empfohlen haben, das Podcover von 8Sleep. Das passt auf jede Doppelbettmatratze und reguliert die Temperatur deiner Schlafumgebung so, dass du mit der für dich optimalen Temperatur bestmöglich durchschläfst. Das Coole ist, du kannst beide Bettseiten unabhängig voneinander regeln. Meine bessere Hälfte, die mag es lieber ein bisschen wärmer und ich mag es lieber ein paar Grad kühler. Mit 8Sleep gibt's da keinen Streit. Beide bekommen, womit sie am besten schlafen. Dabei regulieren die Sensoren auf Basis deiner biometrischen Daten nicht nur die Temperatur, sondern sie messen auch deine Gesundheits- und Schlafdaten, ohne dass du dazu ein anderes Tool verwenden musst. Als Fitness mit Markhörer sparst du 50 Euro beim Podcover von 8Sleep. Geh dazu auf fmmschlaf.de, alles zusammengeschrieben, dann ist dein 50-Euro-Gutschein schon aktiviert. fmm wie Fitness mit Markhörer, schlaf.de, nochmal geh auf fmmschlaf.de für dieses spezielle Angebot.